Ja, hi Leute, ich begrüße euch aus meiner alten Heimat Deutschland und ich bin gerade hier, um euch etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Der Abotreff steht. Es wird am, jetzt muss man ganz kurz gucken hier, ich glaube es ist der 30. Genau, am Montag, dem 30. Juli, könnt ihr mich und Simon im Heidepark treffen. Wir werden da sowieso hinfahren, wir werden da einen wunderbaren Tag erleben und ihr könnt gerne mitmachen. Alle weiteren Informationen, sowie auch die Anmeldung, weil wir ungefähr gerne wissen würden, wie viele Leute kommen und auf wie viele Leute wir warten müssen, finden wir im Foro und im Link hier runter. Also Leute, ich würde mich freuen euch zu sehen, war lange angekündigt und ich freue mich, dass es jetzt endlich klappt. Also, bis da.